hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen video bevor das video losgeht ich möchte gucken wenn 5 likes sind mache ich den nächsten let's play von ark operation und ja ich wollte jetzt die werkbank herstellen und den megalosaurus sattel wenn ich level genug bin so ich denke nicht aber versuche es ist wert zu leben ich hatte gestern noch bisschen metall gefahren so ist es alle hergestellt jetzt könnten wir auch die werkbank herstellen hier jetzt ein bisschen hierhin was für uns fausam in die sichel in die nie wir haben ja noch genug hier ja so haben wir alles also wieder komplett ausgerüstet teilwerkzeuge easy ich lasse die auslösen nochmal hier hier falls ich einmal sterbe und so ich wollte jetzt sind die wandern 10 gehen weiß aber nicht ob das reicht mit dem trotz fallen ich denke ich mache mir ich denke ich mache mir t 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 der Affe da. Oh, oh. Oh. Zu spät gedrückt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wo sind die Kletterhaken? Das Sieg bleibt, da müssen die Kletterhaken. Kletterpickle heißen die. 34. Äh. Äh, ja. Da kann man nicht schlafen gehen, alles klar. Äh, Leute, ich werde mir jetzt Fleisch nehmen und das alles in einzelne Stücke verteilen. Also so einzelne Stücke. Und dann warten, bis das verdirbt und dann komme ich wieder. Bis gleich. So, Leute. Fleisch ist jetzt schon verdorben. Und ja. Jetzt stellen wir ein bisschen her. 16. Ah, nicht grad so. Ey, komm runter. Nicht grad so viel, aber besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Ne Buller brauchen wir. Ne Buller brauchen wir. Okay, das reicht. So. 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 Wenn wir uns gleich mal den Iguanodon zähmen. Ich musste schon gucken, ähm, wie viel der Sattel ist vom Iguanodon. Vielleicht ist er sogar auch früher als der vom Megasaurus. So. So, 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 so. Also Leute, ihr seht ja auch, meine Stimme ist besser geworden. Oh, stimmt. Äh. Ihr habt auch, äh, den Namen vom Megasaurus reingeschrieben in die Kommentare. Also ich muss ihn suchen, ich habe ihn noch nicht verhalten. Oh, ein Moment, Leute. Okay. du hast doch eine Arbeit. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist doch so eine Arbeit. nicht Prozent der ein reingeschrieben hat also Progemar Schrei bitte noch mal rein ich finde irgendwie nicht oder ein anderer schreibt ihn rein es ist ja richtig Zeit jetzt haben wir richtig Zeit verloren da ist er schön in den Kopf so Leute ich werde ihn erstmal zähmen ja ich werde erstmal zähmen und dann sehen wir uns gleich Leute wisst ihr was mir ist gerade aufgefallen dass wir keine Betten haben ich habe mir gerade welche hergestellt und ja jetzt werde ich ihn bläsen hä geben die Wasserpilze überhaupt Wasser? ich habe die gerade gegessen alles klar die Betten wo stellen wir die hin? so und so eins für meine Special Guests eins für mich und ich werde auch und ich werde auch die bis Freitag keine Videos mehr machen weil ich im Urlaub bin und da kann ich keine Videos machen so ist es dann halt eben ich habe gerade noch eine Codex hergestellt auch richtig viele und auf den warten wir jetzt für den Iguanodon oh Gott oh Gott ich hasse Erdbeben und er hat dann zähle ich die Zeit und bis gleich das Spiel ist angegriffen Stilas nicht Lerner alles klar das muss ich aufnehmen es geht gar nicht da Leute habt ihr das gesehen 49 Level hä alter was ist das denn also ich jeden Fall ich werde jetzt nicht alle Level machen weil das so scheiße man wieso habe ich jetzt so viel Level ist doch eklig oh Gott hey alles klar Greta vor 42 Level von Schafe ich muss denke ich öfters Schafe aber die die nur zurückgreifen zurückangreifen das sind die Richtigen ich gucke ich mal es ist mir nicht bestimmt Level 30 ja und die Guanodon yeah auch Level 30 okay der eine für den Holz dann bis in der Werkbank dann bin ich live in 77 nicht alles Leben machen wir nicht ich bist du gezähmt Leute auch den Namen für den hier reinschreiben bitte in die Kommentare reinhauen also langsam muss auch mal was in der Base machen wir haben verstanden hier kriegst du dann warm machen das fungerlich was brauchst du Faser und Leder aber ich nicht verflucht hab ich das gesehen 42 Level 42 42 Level komm nicht drauf klar jetzt sind wir richtig gut rein Sättel für die alle ja ich bin auch so dumm ich bin so dumm das 57 ja dann Egalozo Sattel einfach Egalozo Sattel was da los war gerade so voll happy ob einmal Megalodzo Sattel ich bin auch so dumm Steller war das falsche das Bum und die eine Klinik Hauptsitz ja das war's erst mal für diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen und ja das XP-Staff werden wir nie vergessen bis zum nächsten Mal Tschaui 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 Tschaui